Jetzt sofort ein Riesenschritt Richtung Traumkörper. Egal ob du dich nicht langfristig binden möchtest, Angst vor einem erneuten Lockdown hast oder noch eine Restlaufzeit in einem anderen Studio. Wir sind für dich da. Am Infotag Sonntag den 19.12.2021 beantworten wir direkt vor Ort in deinem Buena Vista Fitness Club alle deine Fragen kompetent und direkt. An diesem Sonntag bieten wir dir ein auf dich zugeschnittenes, individuelles Top-Mitgliedschaftsangebot, mit dem du auf Wunsch sofort durchstarten kannst.